Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Hallo? Hallo Pizza-Junge. Coole Maske. Und noch eine. Ich wäre jetzt auch gern bekifft. Schnapp ihn dir! Jo, hey, hey, alter, behalt die Pizza! Gestern Abend haben mich zwei Typen mit Masken überfallen und mir eine Bombe umgeschnallt. Hier muss ich in weniger als neun Stunden eine Bank überfallen. Dingeling, Mensch, der Bär ruft an. Hallo Bär. Was heißt, du konntest die Bank nicht ausrauben? Okay. Den Bären hatte ich echt gern. Dich kenne ich nicht mal. Ist das Ding echt? Wenn ich den nicht rechtzeitig das Geld liefere, geht das Ding hoch. Und dein erster Gedanke ist, in eine Schule voller Kinder zu kommen? Alles wird gut. Nein, nichts wird gut. Ich werde explodieren. Mensch, Alter, reiß dich zusammen. Wo wart ihr denn heute? Fackel ihn ab. Es ist so schön. Erinnerst du dich an die siebte Klasse, als wir zwei Wochen lang den Teufel angebetet haben? Das waren die zwei besten Wochen meines Lebens. Danküberfall, ihr Vollidioten. Waffe raus und wegschmeißen. Hey, nicht zu mir. Entschuldigung, es war ein Versehen. Wer lässt denn eine Knarre so schlittern? Unser Junge liefert sich ein Rennen mit den Bullen. Lass mich nachdenken. Okay, ich weiß, was ich tue. Nein, tust du nicht. Du bist ein kiffender Pizzalieferant. Du hast keine Ahnung. Oh, der Typ wurde platt gemacht. Waffen weg. Hände über den Kopf. Wissen Sie was? Ihre Pistole gegen meine Bombe, Officer. Wissen Sie momentan. Wissen Sie seuf? Wissen Sie dieseождения? Hände über den Kopf.